Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hion Live. Wir können uns zwar rein theoretisch die Upgrades anschauen von unserer Waffen, von Ghaz. Aber ja, wir gehen einmal zum Rathaus von Blink City und schauen was die guten Menschen zu sagen haben. Angeblich ist es ja Anti-G3-Kradelle, was die Welt erobern und das ist ja eigentlich was Gutes für uns, weil wir wollen ja die Welt zurückgebrochen, deshalb stehen wir jetzt da. Danke sehr, dass du hierher gekommen bist, Bounty Hunter. Das sieht aus wie ich weiß noch was. Schau, ich gehe auf den Schrauben. Ich liebe dich. Du bist ein Human, korrekt? Meine Männer sahen das. Entschuldigung. Du hast die G3-Attache auf deinem Planeten, oder? Ja, da sind ein Human. Wo Gott ist. Natürlich. Entschuldigung. Ich bin auch mit deinem Plan. Es ist so eine Tragedie, was auf den Gatlas passiert. Es macht viel Sinn, dass du und die Humanen zusammenhängen würden, aber vielleicht hast du noch eine andere Reihe, als auch? Ein Lawless Bounty Hunter, teaming mit einem schweig-cleanen Politiker. Ja, wirklich? Das ist genau das, warum ich deine Hilfe brauchen. Ich habe mein ganzes Zeit für den Spezies-Drug-Traden. Ich kann nur so viel tun, und nur in den Konfiken der Verkaufnahme. Ich habe meine Hände vollen mit Gary, der Poisoner. Er ist nicht nur der Poisoner-Water-Supply, er hat sich verändert, er hat sich verändert, wie Street Lampen. Wir wissen nicht, wie das funktioniert, oder ob es eigentlich ein Problem ist. Vielleicht ist es gut, die Poisoner Street Lampen. Ich bin ein bisschen überrascht. Und ich wünsche, dass ich mehr Zeit auf die G3 konzentrieren auf den G3 konzentrieren. Aber du, du hast zwei Top-G3-Officer in weniger Zeit, als es uns zu machen, um ein einzigen Report zu machen. So du sehen, wie du kannst mir helfen. Aber da ist auch eine Art, wie ich kann dir helfen. Geh auf, lass mich alles in. Das Werkzeug an meinem Schaum hier, wird dir helfen, dich zu retten, deinen fellow Humanen zu retten. Du kannst es nutzen, um sie zu teleporten, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten, um sie zu retten, bis die G3 zu retten sind. Okay, er gibt uns... ...einen Menschen-Rettungs-Grid? Das ist richtig. Das ist richtig. Dann, danke dir. Sincere, du Menschen und Gatleons, sind beide sehr noble species. Das bedeutet mir viel zu mir. Ich habe mein Leben für mich. um die G3 zu retten. Dann danke dir. Okay. Oh, äh... fühle dich frei zu bleiben, so lange wie du möchtest. Das ist lustig. Du kannst selbst die Menschenhaven besitzen. Wir wissen nicht genau, was die Menschen zufrieden macht, aber ich hoffe, dass du magst, wie wir Dinge aufbauen. Da können wir nachher schauen, aber es geht gerade nicht. Angeblich. Vorher gesagt, dass wir eh drucken. Das ist ein Zimus-Grid. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Sooo... Es ging gut, oder? Ich habe ein message, dass sie uns mit einem G3-Untel finden. Ja, und wir uns mit einem Weg zu retten. Ja, und wir uns mit einem Weg zu retten. Ja, wir haben uns mit einem Weg zu retten. Gott, du hast es einfach. Nichts wie das so einfach passiert, als ich war, als ich bin. Hey, äh... Speaking of... Wir müssen dich ein Jetpack bevor du zurück in die Feld. Du wirklich brauchst es. Und dann auf den Pornschopf und sehen, ob sie einen in stocken haben. Oh, und ja, du möchtest auch ein Bordeaux Chefstand. Es ist ein bisschen schade, aber, äh, diese Warp Disks, die du hast, können ziemlich hilfreich sein. Hey, nicht mehr, okay? Okay, wir wissen, ob wir im Vorabord diese fast verdienen müssen. was wir noch... Nice. Ouhhh, Ouhhh, Es ist ein ... Es ist eine Krebs! Ssssshhh... Im serious. No more bounties until you get a jetpack from Mr. Keepe. Oh ... Ssss, Wir können den zu der der Menschen ins Luhin. Oh my God! Ey! Ich kann aber positiv daran schauen. das hat noch keinen mod naja habe ich jetzt auch noch nicht gesehen kack hat dir das wunder gegeben menschen zu retten und in sicherheit ist hilfreich weil ich sonst viele menschen kommen müsste und dafür keine zeit als leisten ich kann uns zurück geschätzt kommen will mit der kiepsfandler aus den einen gegenstelle eingetroffen wird schon herausfinden wie man zu diesem menschen würde dies kommt ich glaube unser algorithm zeigt an dass du vielleicht einen chip kaufen willst weisen wir dir gerne wie hilft und das ist dieser das ist der lorenwort manntet wo man eine wortmaschine bringt hey welcome to blordos i am blordo you here for the food or the other stuff er schaut aus wie für ein future rama nothing 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 forget i said anything no come on we're good tell us fine i sell secret shit if you know what to ask for but don't tell the cops now order something or leave wait what i have 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 9 11 12 12 12 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 Wabe in der Toilette, das ist ja schon praktisch. Can't afford, um in ruhiges Land auszuwarten. Okay, entweder wir sporen, oder nehmen wir irgendwas witziges. Oder nehmen wir einen Skatepark. Nehmen wir mal die Toilette, ich glaube, was passiert. Ich hätte gesagt, den Rest rauswärm mal. Guten Tag zu ihr, Essen-Kustomer! Yo, Bounty-Hannah, komm, sieh, was ich in Stock habe, auf dem Essen-Menü. Das passiert jetzt nichts Neues, ne? Okay, da kommt immer das Gleiche. Oh ja. Jetzt müssen wir uns in den Chat bekommen, müssen wir da oben. In die Kurve. Yay. Okay, das ist auch angeblich. Hey, hast du, äh, Jetpacks in Stock? Ein Jetpack? Oh, sicherlich, ich kann helfen, äh, ich kann helfen. Das ist auf jeden Fall das vom Gas. Diese Verstärkung verbessert die Vakuumfähigkeit vom Gas und lässt dich die Schleimwurst von G3 absaugen. Okay, okay. Du wirst sie nicht mehr zu dir ziehen, aber du wirst die Errüstung für dich stehen und sie völlig wehrlos dazu gelassen. Das ist ziemlich cool. Motionsbeutel. Nachladetrakt. Scheinblase. Stoßt eine weitere Scheinblase in Gas, damit er schneller mehr Schein erzeugen kann. Stopft, also. Hm, okay. Und der Chat weg. Und der Chat weg. Hau auf die Schnelle neugesegen. Würde behaupten, der müsste eigentlich da irgendwo sein. Oder? Wie blöd. Oh, sorry, Partner. Das ist nicht für sale. Kaufe einen Chat durch. Okay. We serve you as the day. Ah, da war ein Chat weg, das ist die Jungs-Karte. Okay. Manchmal muss man ganz nach oben vielleicht, um einen coolen Sachen zu suchen, oder vielleicht um sich über einen Feind erheben, damit man ihm aus besseren Winkeln in den Kopf schießen kann. Glücklicherweise kann dir ein Chat weg bei diesen beiden Dingen und einigen anderen Dingen helfen, die mir gerade nicht einfallen. Oh, große Spalten überqueren, das ist noch eins. Kaufe. Ah, ein Jetpack, hm? Great choice. Really phenomenal choice. Let's lock that purchase in. Okay, great. So, where is the Jetpack? Not so fast. I got a backorder that bad boy. I'll have it ready for you in a couple of days. I promise. No refunds, by the way. This purchase is final. Fuck. God damn it. Okay, well, let's just give Gene the update. Okay. Aber ich sage, ich nehme mir da noch den sauber, nicht bezahlbar. Ja, dann sollen wir einfach noch den Tank mitnehmen. Mehr habe ich jetzt nie schlecht, oder? Let's go. Take good care of that now. Nice. Godspeed on your journey. Hey, over here. Widow with the talking gun. Now I'm the little concession man. I got illegal things for you. Come over here. You can buy illegal things for me. What's that guy yelling about? Illegal stuff? Is he talking to us? Oh my God. And I believe that we can get a lot of the people who already knew and could have a knife. Oh that's what we can do. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm still there. Yai. Nice. Nice. Mani. Geht sich gefühlt noch weiter. Ja. Imagine so eine Stadt beim Aufsummen und umjumpt. Und um. Geht. Ja jetzt haben wir den, oh mein Gott, er hat es geschafft. Nochmal. Good. Ah nie. Die schaut auf die Schnalze aus. Dass man da nicht umgekommen will. Fühlt. Ein bisschen runterfahren. Wurde noch, auf jeden Fall. Kisten gibt's. Oh. 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 Okay, jetzt haben wir da ein Produkt, angeblich ein sehr gutes Produkt von Stanley, von Stan, dass du bewusst gekauft hast. Ja, es ist schwer als du dachst, du musst es jetzt überall mit herumtragen. Im Anliegen davon, das ist schon ziemlich wild. Ja, mal schauen, was ich damit machen kann. Vielleicht müsste ja einer auch haben. Das ist, was man jetzt gekauft hat. Ist ja nicht, was Aliens alles brauchen plötzlich. Chill. Ja, aber Mr. Keep's got it on back ordered, so we gotta wait. Great! Perfect excuse for a rest. We're still waiting on Klug's intel anyway. Why don't you go to bed and sleep off some of that excitement? I'm a little drowsy, I can use a little sleep myself. I'd like to go to this person. I'm so sorry, we're gonna find another body. I promise, okay? A paradise gehen. But I don't know how. I can't even see. It's fine. It's fine. You deserve a rest. I think we can do our warp things here. Okay. We'll be right back. Don't move, okay? I'll see you later. Okay. 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 Let's go to the floor. Wow! This is pretty nice. I bet the humans are having a lot of fun here. I don't know how. Okay, okay. That means... What the heck? What the heck? This is a street with ice. And this is a different street, okay? What the heck? I don't know. I don't know. I don't know. This place is cool. They gave us free air massages. I keep telling them that it's not really something that humans like, but they keep offering them, so I keep taking them. Do not camp. Ah, this is the... Let me get this straight. You like it here? Yep. Oh, yeah. It's a lot better than being trapped in a cage. You? Oh, yeah. Same. I like it here a lot more. A lot more than being trapped in a cage. Okay. I tried reserving the sex room, but the waiting list is really long, and they only let one person in at a time. I don't think they know how we have sex. Okay. There's a doctor here giving free checkups. Got my first physical in years. The doctor didn't really understand the human body, so I don't think it helped at all. But hey, free checkup. The toilets here are just out in the open. No dividers. But honestly, we all got used to it real quick. Now it's a fun thing. Like, hey, Toby's taking a shit. Let's all watch. Watch. So, you're the one that's saving us all. I get it. Okay. Uh. Touch some grass. Rainforest. Must do the beach. Okay. Comfort. Alabama. Sweet home. Das ist wirklich ein bissl. Aber sie haben nur eine einzige Möglichkeit alleine in Sexraum zu gehen. Also, vielleicht ist es doch nicht so sweet home Alabama oder so. I don't know. Das Paradies ist ein bisschen klar. Aber ist okay. Ist okay. Ist okay. Kennt ihr angeblich diese Wartdinger. In unserem Bounty 500 ausprobieren. Aber irgendwie schaffen wir es gerade nicht. Geht das noch nicht? Hamburger gibt es anscheinend einen. Blorotos Long Nether oder wie auch immer der heißt. Ich habe kurz ein Video geschaut, wie man die Wartdinger macht. Angeblich. Also, wenn man da herbautet. Und eben diese Bereiche, wo man die Basen hier auspawnt. Dann warten wir auf das Base hier. Und zusammen muss man auch hingehen. Und das soll angeblich der kürzeste Weg sein. Weil man da quasi nur da rauf muss zu dem Ding. Dann kommt eine Prisikation. Und dann kommt ein Körbauer. Und warte! Was ist die Körbauer? Da warte ich nicht! Du wirst ein Körbauer, das ist eigentlich... Komm, was ich hier? das ist aber so fest wie eine Bohrmaschine ok ich glaube da kann man actually nicht viel machen anscheinend da oben sind kristalle aber da kommen wir jetzt nicht wirklich drauf vielleicht kommen wir mit dem jetpack drauf oder so I don't know schauen wir mal was machen cutie town ja es ist eine winzige Stadt wohnt ich bin cutie cutie und es ist mein tolles Glocke gerade euch zu Littl Cutie Town es ist eine schönes und friede Gesellschaft voll süß mit 1 innen de Tag Der Mann ist fantastisch. Du hast entschieden, um zu sehen, um die kleine Küutie-Town zu sehen. Oh, ich bin sehr froh, um zu sehen, was die kleine Küutie-Town zu haben. What the hell? Das ist mir sogar toll. Die Küutie-Town ist geboten, und das Sagesst Gig. Die Küutie Sie müssen schwachlos werden. Ich bin sicher, dass hier eine kleine Küutie-Town stehen, um genau zu sehen. Oh mein Gott, das kleine Küut! Oh mein Gott! Oh nein, du bist sehr Gemeinschaft! Oh nein, du bist so ein paar Küut. Oh mein Gott, du bist so großartig. Ich bin aber nicht so großartig wie dein Geburt in unsere Stadt. Oh mein Gott, es ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich bin mir Isao. Oh no, we just crossed our hospital! We have a state-of-the-art healthcare program here, in little cutie town where everyone gets treated for free. That hospital was full of sick people in need and now we're all dead. Oh my god, this is, this sucks so much. You're just walking around, knocking down buildings. Oh no, 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 no. I hate seeing everyone I love die. Oh no, there goes Cutie Steven. You just stepped on Cutie Steven. And you didn't even realize it. Cause you're so dead. You just stepped on my phone and it doesn't even register to you. Okay, that's it. That's my whole, my whole town, my whole little cutie town's ruined. You've ruined the whole city and all my friends are dead. I'm the only last little cutie alive. And I am going to kill myself, I guarantee it. As soon as you walk away, I'm gonna be so depressed, I just pop one gun in my own head and I die. I'm just gonna fucking die. How's that sound? No more living for me. I don't wanna be alive. My whole town home is gone and dead. And you did it. It's your fault. I know I invited you in. But you should've realized you're so big, you're gonna ruin things. You should've told me. I didn't think about it. I'm kinda dumb sometimes. But you're not as dumb as me, I assume. So you should've said, Hey, I'm not gonna go in there. I don't wanna stomp on shit like a big Godzilla. Not for me. Not what I wanna do with my life. I don't wanna go kill everybody. That's what you should've said. Instead, you just did it. You walked in and you knocked over entire buildings. Everyone's dead now. I am so sad. I'm so fucking sad right now. I know that mostly I'm just yelling, but if you let me just calm down for a second, which I'm gonna do, okay? I'm gonna calm down right now. I am so fucking sad. I am so fucking depressed now. Just shoot me. Shoot me with your gun. Go ahead and shoot me so I die, so I don't have to kill myself. Just do me that favor. Just take me out of my misery. I don't wanna be alive if everyone else I know is dead. This is survivors guilt. You ever hear that? When somebody goes to fight in the war and all the friends die and they come back and they're like, why me? Why did I live? I should've died. Why me instead of them? Well, guess what? That's what I'm feeling right now. And I don't have the money to spend on any more therapy. So just pop, pop me in the head. Go ahead. Just squish my head like a- Whoa, Jesus. I wasn't sure if you were gonna actually kill him. Poor guy. You know, maybe it was the right thing to do. I don't have to kill you. Ah, that fallen cross was on the wall. That I could just cut down. That was really a cute town. They could now plan the city again. I would've said. It's all under us, right? Okay. Okay, jetzt mal auf die Toilette. Okay, ist nicht so wie bei Rick and Morty, wo man einfach 500 Meter weit gehen muss, bis man zu seiner richtig schönen Toilette mit Aussicht kommt. Ist es eher so a Baustrund oder die? Ich weiß nicht. Ich muss auch so cool. Dann helfen wir noch mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Okay, das ist so easy. Pipe puzzles. Check, es geht noch nicht, gar nicht, wo es noch nicht weitergeht Oh, das ist ja nicht Ich werde das nicht essen. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du bist bereit, Freunde? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Oh Gott, ich will nicht sehen! Hm... Hilfe! Das erinnert mich an das Video, was ein kleines Kind mit dem Ralf vor dem Schlamm und hinten der andere mit seiner Maske sich den ganzen Gatsch rauf schmeißen lässt. Ja. 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 Ich weiß auch nicht, welche Erfahrung ich mir erwartet habe. Aber das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Für mich schon vorliegen. Lull. Keine Zeit vor. Yay! Jetzt noch einmal in diesen Dschungel reingegangen und da unten drinnen, wenn man den ganz normalen Weg folgt, könnte man so eine tollen Scheiben verzieren. Ungeblicks und dann ist der Gitter. Ok, der zieht. Ich glaube ich habe ihn nicht. Einer hat er das, was er ist. Ich habe ihn nicht. Bist du die Brüse? Wieso? Wieso? Ich bin der Brüse, ich bin der Brüse. Ich bin der Brüse, ich bin der Brüse. Das ist das, was ich bin der Brüse. Okay, dann haben wir die Wupp-Wupp, alles klar, da waren wir schon, wir haben wieder schon wieder zusammenbrannt, gute Frage, mal schauen was das nächste kommt, ey gleich ja da war, das ist nicht extra, da ist ja bis das Toll ab, okay, aber die gibt es jetzt noch, scheinlich, So, darum war ja noch eins, hier in diesem Dorf, mal schauen Oh mein Gott Oh mein Gott, ist ein bisschen kompliziert, aber nice Gegenstand, schwitziger Sam, okay, ist nichts falsch daran zu verschwitzen, man kann auswischen verschwitzen einfach mehr als andere, man kann dich nicht über Sweet Sam lustig, es ist keiner bei dem du lachen solltest, es versteht keinen Spaß Ja Okay So, das sind alle, was mir so zur Zeit auf die Schnau reingefahren sind Das passt in die Amore, ne? Okay Holy Crap So, dann Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal Servus! Bye 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 Bye